was wir aufpassen was man blocken kann und was nicht bewegt sich aber echt geschmeidig ich erinnere mich irgendwie ein bisschen an shikiru die butterfly arzgeißen die sich bewegt die helft ist schon mal weg das zieht halt voll viel ab wenn ihr die halt da konzert oh das war nicht gut nicht gut gekonzert oh alter was ist denn das jetzt für eine aktion ja freilich ist doch so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich habe noch nie gefunden also merken war auch eine nonne ich glaube das ist ein komplettes original areal habt ihr das gesehen wie das funktioniert wahnsinn also hoffe ihr habt es euch gemerkt wie man darauf kommt der sturm ist der sturm ist denn es war jetzt der sturm verlangt der sturm mal Hey Matt, walk! Mit Loch, high smash! Was jetzt? Habt ihr euch gemerkt, den verzierten Krug? Das ist das, wo ihr eine neue Flasche bekommt dann. Eine neue Lebensflasche. Das ist eigentlich ziemlich nice. Gut, dass wir den Umweg nochmal gegangen sind. Ja? Ja? Das ist alleine ab, um mal. Ja? Moment, ich muss kurz den Schuh binden. Das ist alleine ab. Ja, klar ist das alleine aufgegangen. Immer alles alleine auf, ne? Nein, du warst das nicht. Aber es ist nicht. Mein Gott. Dass ich das einverlassen habe. Gruppen mit Schuhbändern. Das geht so schlecht, du. Ich bin mit. Und der ist hier wieder. Warte mal. Ach, man muss gar nicht R2 halten. Drückt der immer R2, aber das wurde gar nicht hier. War auch einfach nur fix. Ist der auch weiter runter gegangen in der Sand? Oh, hier ist er auch weiter unten. Jetzt hier hat der Grug. Merken. Also hier findet ihr noch einen Grug. Habt ihr sehnt? Ja? 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 Bis zum nächsten Mal.